Gott für uns. Amen. Zweites Buch Mose, Kapitel 20, die zehn Worte. Wir sind beim siebten Wort angelangt. Du sollst nicht stehlen. Kurz und knapp. Im hebräischen Urtext sind es sogar nur zwei Worte, die da stehen. Dass du sollst, das ist in dem Stehlen sozusagen enthalten und das nicht, das steht am Anfang immer, nicht stehlen. Du sollst oder du wirst nicht stehlen. Ich erinnere nur in einem Satz daran. Das Ganze steht in dem Zusammenhang des Bundesgottes mit Israel. Das heißt, es geht um die Liebe. Es geht um den Liebesbund zwischen Gott und seinem Volk. Und es geht darum, was dieser Liebesbund für Auswirkungen auf unser Leben hat. In unserer Beziehung zu Gott und zu unserem Nächsten. Die Liebe Gottes inspiriert uns, sie befähigt uns, sie rüstet uns aus und sie leitet uns dahin, in guten Werken zu wandeln, die darin bestehen, dass wir nämlich Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und eins dieser Dinge, die ganz konkret benannt werden hier, wenn es um die Nächstenliebe geht, ist, du sollst nicht stehlen. Und ich habe heute wenig Zeit in der Vorbereitung gehabt, aber es war sehr effektiv. Irgendwie waren die Stellen, die ich dann auch gelesen habe, in der Bibel dazu, sehr erhellend. Und ich möchte einfach nochmal den großen Bogen schlagen. Gott hat den Menschen am Anfang geschaffen und in eine fertige Schöpfung gesetzt. Und er hat ihn zum Herrscher gemacht. Das heißt, er hat ihm sozusagen die Erde zu eigen gegeben. Er hat gesagt, machet euch das Ganze untertan. Das ist, ihr seid hier die Könige. Ihr seid die Herrscher. Euch gehört diese Erde. Das bedeutet allerdings nicht, dass es dieses Eigentum ist, nicht ein Eigentum, was dazu gegeben ist, um damit zerstörerisch umzugehen. Nein, am Anfang gab es diesen Gedanken noch gar nicht. Am Anfang gab es die Sünde noch gar nicht. In dem Moment, wo Gott dem Menschen die Erde als seinen Herrschaftsbereich übergeben hat, da war alles gut. Da war kein Gedanke daran, dass der Mensch diese Position ausnutzen würde und das, was ihm geschenkt worden ist, zerstören würde. Nein, es war von Anfang an klar, dass es ein Verwalterdienst ist, dass er weiterhin untergeordnet ist unter Gott. Es ist nicht einfach irgendein Ding, was ich besitze, mit dem ich machen kann, was ich will und wenn es kaputt geht, dann schmeiße ich es weg. Sondern es ist in meine Verantwortung gegeben worden. Uns ist die Schöpfung in Verantwortung gegeben worden. Und Gott hat dann Adam in einen Garten hineingesetzt, den er extra für ihn angelegt hat. Und er hat ihm gesagt, hier, guck mal, das darfst du alles essen. Greif zu, du musst nicht bezahlen. Es gehört dir. Ein Apfel, eine Birne, eine Mango, eine Banane. Greif zu, in den Fruchtgarten Gottes. Was du willst. Aber da ist ein Baum. Er trägt Früchte und die darfst du nicht essen. Das sind nicht deine Früchte. Wisst ihr, mit dem Diebstahl, das fängt schon an. Im Garten Eden. Du sollst nicht stehlen. Was bedeutet das eigentlich? Sich etwas nehmen, auf das man kein Zugriffsrecht hat. Und das spricht immer auch von Gott, von dem, der über uns steht. Der uns zuteilt. Der uns Rechte gibt. Wir haben sie nicht einfach so aus unserer göttlichen Machtvollkommenheit. Nein, wir sind Geschöpfe. Wir sind geschaffen, in Zeit und Raum hineingesetzt, in einen bestimmten Bereich, den Gott uns zugewiesen hat. Und er hat uns Grenzen gesetzt. Und eine Grenze ist, dass wir nicht Zugriffsrecht auf alles haben, was es gibt. Gott sagt, das darfst du dir nicht nehmen. Wenn du das aber nimmst, dann wirst du sterben. Dieses Zugriffsrecht hat also seine Grenzen. Wir Menschen sind begrenzt in unserem Zugriffsrecht auf die Dinge, die es gibt. Zugriffsgrenzen, die wir nie überschreiten können, die wir nie überschreiten dürfen. Ein Zugriffsrecht, was uns verwehrt ist, ist ein Zugriffsrecht auf Gott. Das steht auch in den zehn Worten drin. Du sollst dir kein Bildnis machen. Ich bin der unsichtbare Gott, der verborgene Gott. Du kannst mich nicht anschauen. Du kannst mich nicht sehen. Wie heißt es im Alten Testament und auch im Neuen immer wieder? Wer Gott anschauen will, der ist des Todes. Wir als Sünder haben nicht das Recht, den heiligen Gott zu begegnen, ihn anzuschauen, in seine Nähe zu treten. Da ist eine Grenze. Und wer diese Grenze von sich aus versucht zu überwinden, hinüber zu gehen, der ist des Todes. Es gibt eine absolute Zugriffsgrenze. Was Gott gehört, das darf man nicht an sich reißen. Gott hat dem Volk Israel in diesen Gesetzen des Bannes gegeben. Es gab diese Sache mit dem Bann. Und wenn man etwas gebannt hat, dann hat man es Gott geheiligt. Es gehörte Gott. Und deswegen, das was lebendig war und Gott geweiht wurde, das musste getötet werden. Damit drückte man aus, dass man es in die Hand Gottes gibt. Israel hat sich daran versündigt, als sie ins Land Kanaan eingewandert sind. Wir lesen das in Joshua 6 und 7. Dass einer derer, die dort in den Krieg gezogen waren gegen Jericho, dass er sich etwas für sich genommen hat. Von dem, was nicht ihm gehörte, sondern Gott. Das Ende davon war, dass er sein Leben dafür gelassen hat. Es gibt noch eine absolute Zugriffsgrenze. Und das ist ganz interessant. Wir werden ja bald dazu kommen, dass wir weiter in das Gesetz, in die Entfaltung des Gesetzes einsteigen. Also diese zehn Worte, wie sie dann in eine differenziertere Gesetzgebung hineingeführt wird für das Volk Israel in den kommenden Kapiteln. Und da wird auch dieses Gebot ein paar Mal aufgegriffen. Und das erste Mal, dass es aufgegriffen wird, In Kapitel 21, Vers 16, da steht, wer einen Menschen raubt. Menschenraub. Das ist natürlich für uns erstmal ganz weit weg, weil wir solche Gesetze haben, die so weit was verbieten. Andererseits, wenn du dann in die deutsche Gesellschaft hineinguckst und mal genauer hinschaust, an bestimmten Ecken, dann ist es dann doch wieder nicht ganz so weit weg. In der ganzen Problematik der, zum Beispiel der Prostitution. Kinder, junge Menschen, die unter falschen Vorspiegelungen, Vorspiegelungen falscher Tatsachen nach Deutschland gelockt werden, um dann in Sklaverei hineingeführt zu werden. Um dann als Sexsklaven ihre horrenden Schulden, die alle ausgedacht sind, abzutragen. Ganz furchtbare Zustände, mitten in Deutschland. Und das Interessante ist, dass in Bezug auf den Menschenraub, das Stehlen eines Menschen, die Todesstrafe steht in Gottes Gesetz. Das ist eine absolute Zugriffsgrenze. Wir sollen keinen Menschen rauben. Im ersten Buch Mose wird uns von solch einem Menschenraub erzählt, von Josef, wie er von seinen Brüdern seiner Freiheit beraubt wurde, wie er seinem Vater geraubt wurde, wie er verkauft wurde, als ein Stück Vieh, als ein Ding. Gott will das nicht. Und deswegen ist in letzter Konsequenz es tatsächlich wahr, auch wenn es im Alten Testament und im Neuen Testament Sklaverei gab und Gott sozusagen auch gewisse Ausnahmen gemacht hat. In seinem Gesetz ging es dann darum, Menschen, die sich hoch verschuldet haben und keine Möglichkeit hatten, das abzubezahlen, dass sie sozusagen mit ihrer Arbeitskraft bezahlt haben. Dadurch waren sie dann versklavt. Aber auch innerhalb Israels war es immer nur für eine bestimmte Zeit, bis zum Sabbatjahr, wo sie dann wieder freigelassen wurden. Aber dazu kommen wir, wenn wir dann in diese Kapitel mehr hineingehen. Wir wollen uns jetzt allgemein weiterhangeln an diesem ganzen Thema des Diebstahls. Es gibt ja nicht nur absolute Zugriffsgrenzen, sondern auch relative Zugriffsgrenzen. Es gibt ja Dinge, die man rechtmäßig besitzt. Wie gesagt, Gott hatte Adam den ganzen Garten Eden geschenkt. Alle Früchte konnte er essen. das ist das Erste, was einen rechtmäßigen Besitz ausmacht, wenn sie empfangen werden als ein Erbe und ein Geschenk des Vorbesitzers. Du kannst zwar ein Geschenk bekommen, aber wenn sich nachher herausstellt, dass derjenige, der dir das schenkt, es gestohlen hat, dann ist es nicht rechtmäßig dein Eigentum. oder wenn du es auch gekauft hast. Nein, rechtmäßiger Besitz ist der, der einem gegeben wird von dem rechtmäßigen Besitzer. Als Erbe, als Geschenk. Es gibt auch rechtmäßigen Besitz, wenn man etwas gefunden hat, dessen Besitzer nicht zu finden ist. Wobei es sein kann, dass irgendwann vielleicht sich herausstellt, dass diese Sache, die ich mir angeeignet habe, vielleicht tatsächlich einen anderen Besitzer hatte. Und was ist dann meine Pflicht? Wenn er glaubhaft darlegen kann, dass es sein Besitz ist, dann habe ich es ihm zurückzugeben, weil es nicht meins ist, sondern seins. aber es gibt tatsächlich auch rechtmäßigen Besitz von etwas, was ich finde. Und dann gibt es natürlich den rechtmäßigen Besitz, weil ich dafür bezahlt habe oder einen gleichwertigen Ersatz gegeben habe. Im Tausch. Aber natürlich, das, was uns, unser Leben hauptsächlich bestimmt ist, das Bezahlen mit Geld. Und das können Dinge sein, Materielles, aber die Bibel kennt auch tatsächlich das Eigentum, das rechtmäßige Eigentum von Immateriellen. Fand ich interessant. Jeremia 23, Vers 30. Lass uns mal aufschlagen. Eine Warnung an alle Prediger. Gott nimmt das sehr genau, was wir predigen. Und da steht als ein Droh- und Warnwort gegen die Propheten Darum siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die einer vom anderen meine Worte stehlen. Die einer vom anderen meine Worte stehlen. Was heißt das? Das heißt, es gibt sowas wie geistiges Eigentum. Wehe dem, der unberufener Weise Gottes Wort predigt und dabei die Predigt eines anderen hält. Wird vielfach gemacht heutzutage. Ist ja auch einfach. Gibt ja alle möglichen Predigten im Internet, die man sich runterladen kann und die man dann, wenn man es einigermaßen gut beherrscht, vortragen kann. Das aber nicht die Weise, wie Gott zu seinem Volk sprechen will. Das heißt nicht, dass ein Prophet oder ein Prediger nicht auch einmal gute Worte eines anderen zitieren könnte. Aber hier geht es um die unrechtmäßige Aneignung der Worte des Herrn, die der Herr gibt und womöglich dann auch noch zu verkaufen, damit ein Geschäft zu machen. Fand ich interessant, dass das hier vorkommt. Es gibt noch eine andere Sache im Zusammenhang mit Positionen. Wir sehen das in der Geschichte von David und seinem Sohn Absalom. 2. Samuel 15 2. Samuel 15 Ich lese einfach mal hier die Verse, nur weil vielleicht manche sie nicht vor Augen haben oder diese Situation nicht kennen. Es geschah danach, da schaffte sich Absalom, der Sohn von David, Wagen und Pferde an und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Könnt ihr euch vorstellen. Er hatte einen Wagen, hatte Pferde, 50 Mann, Leibgarde, die vor ihm herliefen. Und frühmorgens machte Absalom sich auf und stellte sich an den Rand des Weges zum Tor. Was ist das Tor? Das Tor ist der Ort, wo der König Gericht hielt. Und es geschah jedem Mann, der einen Rechtsstreit hatte und zum König kam, um eine Rechtsentscheidung zu suchen, den rief Absalom an und sagte, aus welcher Stadt bist du? Und sagte der, dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels. Dann sagte Absalom zu ihm, siehe, deine Anliegen sind gut und recht, aber du hast beim König niemanden, der dich anhört. Dann sagte Absalom weiter, würde man mich doch als Richter im Land einsetzen. Bei mir würde jeder Mann Eingang finden, der einen Rechtsstreit hat und Rechtsentscheidung sucht. Ich würde ihm gerecht sprechen. Und es geschah, wenn jemand sich ihm näherte, um sich vor ihm nieder zu werfen. Dann streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Und Absalom handelte auf diese Weise an allen Israeliten, die zum König kamen, um eine Rechtsentscheidung zu suchen. So stahl Absalom das Herz der Männer von Israel. Einfluss, sich Einfluss zu machen, manipulieren, Menschen Herzen stehlen, von demjenigen, dem es rechtmäßig gehört. Wie anders war David darin, als seine Männer ihm gesagt haben, da ist Saul, du kannst ihn jetzt umbringen, dann bist du König. Da hat er gesagt, ich werde den Gesalbten des Herrn nicht antasten. Obwohl er wusste, obwohl er schon der Gesalbte des Herrn war, hat er dennoch die offizielle Position Sauls nicht angetastet. Absalom aber stahl das Herz der Menschen, um eine Position zu gewinnen, die ihm nicht rechtmäßig zustand. Ist auch ein Diebstahl. Man darf sich dem Besitz eines Anderen nicht unrechtmäßig aneignen. Das heißt, du sollst nicht stehlen. Man darf es nicht durch heimliche oder auch offene Entwendung Man darf es nicht durch Erpressung oder Druck Es gibt ja die Möglichkeit, jemanden unter Druck zu setzen, um ihn dazu zu zwingen, einem etwas zu geben, das wäre Raub, oder aber, dass man ihn zwingt, es zu verkaufen, obwohl er es nicht verkaufen will. Das war damals in Deutschland hier so, unter der Judenverfolgung und vielfach Juden gezwungen, Dinge, die sie besaßen, Häuser, Wertgegenstände, zu Spottpreisen zu verkaufen, um es dem Anschein der Rechtmäßigkeit zu geben. Das ist auch Diebstahl. Ja, selbst mit der Fundsache ist das so eine Sache. Wenn ich etwas finde, dann habe ich die Pflicht, den Besitzer zu suchen und wenn ich ihn nicht finden kann, dann gibt es in Deutschland, das Recht ist tatsächlich so, musst du es beim Fundbüro abgeben, bis zu einem Betrag von 10 Euro. Wenn du 10-Euro-Schein findest, darfst du den nicht in die Tasche stecken, sondern musst ihn beim Fundbüro abgeben. Ist so, so ist das Gesetz. Ist doch läppisch. Nein, Gott nimmt das sehr ernst. Das ist unrechtmäßige Aneignung. Das gehört dir nicht. Durch scheinbar rechtmäßige Aneignung, wenn dadurch das Recht verletzt wird, zum Beispiel Korruption. Ist auch Diebstahl. Ja, eine Hand wäscht die andere. Du gibst mir etwas und ich gebe dir was dafür. Ist doch alles in Ordnung. Hat doch alles seine Richtigkeit. Wenn es aber gegen das Gesetz verstößt, wenn dadurch Ungerechtigkeit entsteht, wenn andere Dritte benachteiligt werden, ist auch Diebstahl. Du sollst nicht stehlen. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, dann wissen wir, boah, wir haben so oft darin versagt. Es steckt einfach in uns drin. Wir sind Kinder Adams und Evas. Wir nehmen uns das, was uns nicht gehört. Wir gehen über diese Grenze hinweg. Und was ist, warum machen wir das so oft? Weil es so oft klappt. wir nehmen uns etwas heimlich und werden nicht erwischt. Ich habe als Kind, wahrscheinlich auch noch als Jugendlicher, ich habe oft mich bedient bei den Geldbeträgen, die meine Eltern so rumliegen lassen haben. Ich bin oft beim kleinen Tante-Emma-Laden gegenüber, habe ich irgendwo Süßigkeiten mit eingestellt. Ich bin nie erwischt worden. Und manchmal ist es eben so einfach. Wir lesen das Beispiel von Judas in Johannes 12 Vers 6 wird uns gesagt, er hatte die Kasse von den Aposteln, die mit Jesus gegangen sind. Und wenn du die Kasse hast, es ist so einfach, mal da reinzulangen und dir was rauszunehmen. die Versuchung ist so groß. Boah, ja, ich habe es jetzt gerade nicht bar da. Ja, ich kann mir ja was vorstrecken aus der Kasse. Oh, ich habe es ganz vergessen, das zurückzuzahlen. Wieso stimmt denn das Geld jetzt in der Kasse nicht? Mist, fliegt alles auf. Judas hatte die Kasse und war ein Dieb und hat sich was rausgenommen. Und das Wort sich was rausnehmen zeigt eigentlich an, worum es geht. Wir nehmen uns was raus. Anstatt dass wir empfangen, dass uns gegeben wird und wir empfangen, nehmen wir uns selbst. Selbstbedienungsmentalität. Wisst ihr, Gott ist sehr nachsichtig, wenn es um Diebstahl geht, wenn jemand arm ist und in Not. In Sprüche 6, Vers 30 heißt es, dass Gott die Menschen nachsichtig mit einem Menschen umgeht, der getrieben von Hunger stiehlt, der stiehlt, um seinen Hunger zu stillen. Aber Gott hasst es. Es ist ihm zuwider, diese sündhafte Mentalität, dass wir einfach so über diese Grenzen hinweg gehen, weil wir nicht warten können, weil wir anmaßend sind und ja, einfach gierig sind. Lass uns dazu 1. Korinther 6, Vers 10 aufschlagen. 1. Korinther 6, Vers 10 steht, ne, Vers 9, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch mit Männern Schlafende, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Wisst ihr, wenn wir die zehn Worte durchgucken und dann steht da was von Mord und Ehebruch. Ja, im Sinne Jesu geistlich gesprochen, habe ich auch gegen diese Gebote verstoßen. Aber Gott sei Dank habe ich noch nicht in Realität die Ehe gebrochen und Gott sei Dank habe ich noch nie einen realen Mord begangen. Aber wie gesagt, ein Dieb bin ich. und kann ich mich damit brüsten? An anderer Stelle steht, wer das Gesetz in einem übertreten hat, der hat das ganze Gesetz gebrochen. Wenn du also nicht gemordet hast, wenn du nicht Ehe gebrochen hast, aber du hast gestohlen, hast du das Gesetz gebrochen. Bist ein Übertreter. Und wie gesagt, die Sünde von Adam, die scheint doch so klein zu sein. Er hat keinen Mord begangen. Er hat nicht die Ehe gebrochen, aber hat gestohlen. Die Grenze überschritten, die Gott ihm gesetzt hat und er war des Todes. Wenn wir das auch anders verstehen, Reich Gottes im Sinne der Herrschaft Gottes, der befreienden Liebesherrschaft meines Schöpfers, der mir das Leben gibt, der alles gibt, damit das Leben sich entfaltet kann. Mein liebender Gott, ich werde Gott nicht als diesen liebevollen, wunderbaren Herrn in meinem Leben erleben, wenn ich dabei bleibe zu stehlen. Ich werde es nicht empfangen, weil ich immer nur ein Nehmer bin, nicht ein Empfangender. Wir springen zu Epheser 4, Vers 28, eine ganz praktische Anwendung des Ganzen. wie gesagt, ich weiß nicht, ob es hier überhaupt jemanden gibt, der noch nie gestohlen hat. Wie gesagt, es gibt eine enge Auslegung, die vielleicht nur die materiellen Besitztümer sehen, aber wenn du dann noch weiter gehst, was sagt uns Gott? Ehre, wem Ehre gebührt, wenn du jemandem die Ehre verweigerst, wenn du ihm nicht die Ehre gibst, die ihm gebührt, dann hast du ihm ja auch was gestohlen. Wenn du, und ich glaube, man kann das auch so auslegen, wenn wir uns den barmherzigen Samariter anschauen, wisst ihr, da liegt einer, der braucht Hilfe, der braucht Liebe, der braucht Zuwendung, der braucht Unterstützung zum Leben. Ich habe das Gebot in mehrfacher Weise gebrochen, wenn ich ihn einfach da liegen lasse. Ich habe das Gebot, du sollst nicht töten, in gewisser Weise gebrochen, weil ich ihn habe sterben lassen, obwohl ich ihm hätte helfen können, am Leben zu bleiben. Und ich habe ihm das gestohlen, ich habe ihm das genommen, was ihm zusteht, was ihm gebührt, als einem armen, hilflosen Mensch Gottes. Es ist meine Aufgabe, meine Pflicht, ihm zu helfen. Im deutschen Gesetz ist es die, das Gesetz, wie heißt das? Ja, danke Axel, unterlassene Hilfeleistung. Gibt ein Gesetz in Deutschland. Hilfeleistung ist etwas, was du schuldest, was wir schulden. Wenn wir es unterlassen, dann haben wir im Grunde demjenigen, der Hilfe braucht, die Hilfe gestohlen. Gut, Epheser 4, Vers 28, wer stiehlt oder der Stehlende, heißt es eigentlich wörtlich, das heißt, jemand, der immer wieder sich Dinge aneignet, immer wieder diese Grenze übertritt und wisst ihr, diese Grenze, die Gott gesetzt hat, er sagt dir, übertritt die Grenze nicht, was ist denn die Grenze? Die Grenze ist der Andere, sein Besitz, das, was Gott ihm gegeben hat, das, was ihm zugefallen ist, nimm es nicht, da ist eine Grenze, achte den anderen höher als dich selbst, wenn du denkst, das hätte ich gerne, ich möchte es mir nehmen, nein, ich nehme es nicht, weil es ist nicht meins, es gehört einem anderen, ja und wenn du das gerne haben willst, ja dann geh doch den Weg der Möglichkeit, geh hin zu demjenigen und frag ihn, bitte ihn, wer bittet, dem wird gegeben, aber wer sich nimmt, er ist ein Dieb, der Stehlende stehle nicht mehr, so einfach ist es, der Stehlende stehle nicht mehr, wisst ihr, Gott ist so gut und gnädig, er vergibt uns unsere Schuld, er möchte nicht, dass der Gottlose ins Verderben geht, er hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern er hat seinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz schlagen lassen, um unserer Sünde willen, damit für uns dieses Wort gilt, hey, du hast gestohlen, du bist immer noch dabei, immer wieder zu stehlen, deine Sünde ist dir vergeben, jetzt stehle nicht mehr, wie er zu der Ehebrecherin sagt, ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht wieder, der Stehlende stehle nicht mehr, wenn du in irgendeiner Sache denkst, in dem, was ich da tue, in der Art und Weise, wie ich mit dem Finanzamt umgehe, in der Art und Weise, wie ich mit Schwarzarbeit umgehe, in der Art und Weise, wie ich mit, denn Schwarzarbeit ist auch nichts anderes, als dem die Steuer zu verweigern, der ihm gebührt, also die Steuer gebührt, der soll die Steuer haben, sagt das Wort Gottes. Dann musst du bitteschön auch deinen Lohn richtig abrechnen, mit den entsprechenden Lohnsteuern. Und wenn du weißt, dass dein Chef das nicht macht, dann lass es. Such dir einen anderen Job. Geht nicht anders. Das ist Diebstahl. Wer gestohlen hat, der Stehlende stehle nicht mehr. Und jeder, der dann sagt, aber sonst kriege ich keinen Job, ich sage dir, mach dich mit Gott auf den Weg und Gott wird dir einen Weg eröffnen. Er ist treu, er versorgt uns. Wenn wir seinen Weg gehen, dann wird er uns helfen und uns versorgen. Also, wer stehlt, der stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Guck mal, das ist eine ganz andere Lebenseinstellung. Das eine ist das sich nehmen, wo ich was kriegen kann. Gute Nehmerqualitäten zu haben. Auch diese, wie heißt es, Schnäppchenjäger-Mentalität. Überall mitnehmen, wo ich nur was kriegen kann. Aber Christus ist anders. Er gibt und er möchte uns zu Gebern machen, nicht zu Nehmern. und das, was wir brauchen, da sollen wir bereit sein, uns zu mühen, der Mühe nicht aus dem Weg zu gehen, nicht zu sagen, das ist mir zu unbequem. Ja, es ist manchmal mühsam, alles korrekt abzurechnen, die Steuern korrekt abzurechnen und so weiter und so weiter. Das ist manchmal echt mühsam, es dem Staat da recht zu machen. Aber Gott sagt, mach dir die Mühe. Nimm es ernst. Eigne dir nicht weiterhin etwas an, was dir nicht gehört, sondern begib dich in die Wege Gottes, dass du dich mühst, dass du arbeitest und dass du Gutes wirkst mit deinen Händen. Nicht Böses, sondern Gutes wirkst. Reines, etwas, was rein ist, nicht Blutgeld, sondern reines Geld, was du mit deinen Händen erarbeitet hast, was du Gutes gewirkt hast. Am besten, dass du dich danach ausstreckst, dafür betest und darum ringst und arbeitest, dass du eine Position erhältst, wo Gott dir so viel gibt, dass du auch noch anderen etwas geben kannst. Dass du nicht abhängig bist von anderen, sondern selber Menschen segnen kannst. Gott möchte, dass unser Herz wirklich so ist, dass wir gerne geben, weil er selber der Geber aller guten Gaben ist. So möchte er, dass wir ihm ähnlich werden. Geber sein, nicht Diebe sein. Wisst ihr, wer der Dieb ist von Anfang an? Damit schließen wir jetzt auch. Johannes 10. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Tür Hüter. Und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Und Jesus deutet dieses Gleichnis in Vers 7 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hört nicht auf sie. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das wollen wir feiern, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Er ist der gute Hirte, der gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Er hat uns nicht bestohlen, nein, vielmehr das. 1. Korinther 6, Vers 19, guck mal, jetzt habe ich das achte Gebot gebrochen, ich habe gelogen. Ich habe doch noch ein Vers für euch, 1. Korinther 6, Vers 19, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wisst ihr, das ist der Clou. Wir gehören nicht uns selbst, Ich bin Eigentum Gottes. Warum? Weil er den Preis bezahlt hat. Ich bin rechtmäßiges Eigentum Gottes, weil Jesus den Preis bezahlt hat, um mich freizukaufen aus der Sünde, aus der Knechtschaft. Er hat mich freigekauft von einem Dieb, der meine Seele geklaut hat, gestohlen hat. Er hat den Preis, den rechtmäßigen Preis bezahlt, obwohl er hätte sich einfach mich nehmen können. Er hat den rechtmäßigen Preis bezahlt. Ich gehöre ihm. Das muss ich mir in Erinnerung rufen. Ja, Gott hat mir Dinge zu Verwaltung gegeben, Besitz gegeben, aber ich selbst, mein eigenes Leben gehört nicht mir, sondern Gott. Das heißt, dass ich mich ihm zur Verfügung stellen muss und ihn verherrlichen soll mit meinem Leben, denn wenn ich das nicht tue, dann stehle ich mein eigenes Leben aus Gottes Hand. Und dafür hat Jesus sein Leben gegeben, das wollen wir feiern. Daran wollen wir uns erinnern, dass wir ihm gehören und wollen und wollen uns ihm neu weinen, wollen neu sagen, Herr, hier bin ich, das ist mein Leben, es ist nicht meins, es ist deins, weil du den Preis bezahlt hast. Ich will mich dir zur Verfügung stellen und dich verherrlichen mit meinem Leben. Nicht mir selber leben, meinen eigenen Vorstellungen, meinen eigenen Gefühlen, mich nicht leiten und führen lassen von irgendwas anderes als durch deinen Geist. Vater, dafür danken wir dir, dass du uns erlöst hast, uns erkauft hast, dass wir dein sind. Herr, und du siehst diese Problematik in unserem Leben, unser Wesen, unser fleischliches Wesen als Diebe. Reinige du uns davon. Herr, mach du uns frei, bewirke du das durch deinen Geist in uns. Dass wir nicht mehr stehlen. Und zuallererst und vor allen Dingen, dass wir dir nicht unser Leben stehlen, sondern dass wir unser Leben verlieren, ja, in deine Hand geben, weil es dir gehört. Und danke, dass du verheißen hast, wer sein Leben verliert, um meine Willen, der wird es gewinnen. Danke, dass du so ein guter Herr bist. Du hast alles gegeben, damit wir frei sind. Du hast alles gegeben, damit wir dein sind. So wollen wir dich jetzt loben und preisen, wenn wir das Abendmahl nehmen. Amen.